Norddeutscher Rundfunk 2020 Wo wir's hängen gehen? Hier kennst du viele. Großfrauen sind hier nicht zu finden. Wir gehen da, schreib mal drei Bier auf, bezahl ich morgen. Ich weiß selber nicht, warum ich hier immer noch rumhäng. Es gibt ja auch nicht viel. Mein Gott, das ist auch immer jeden Tag dasselbe. Also ich als deutscher Bundesbürger fühle mich beschissen. Wer ist zum größten Teil daran schuld? Das ist alles der Amerikaner. Deutschland ist ein besetztes Gebiet. Ich kann meine Gedanken nicht jetzt auf der Straße preisgeben. Das geht nicht. Geh ich ab. Und warum nicht? Was? Und warum nicht? Weil wir keine Demokratie haben. Aha. Die Demokratie wird bestimmt vom Kapitalismus. Das ist Glück, das ist Germania. Dann gehst du wieder hoch. Bolzenburg ist nicht langweilig. Baltemburg ist ein Neger-Dock geworden. In Syria.. Close. Finish. Syria, finish. Mein Job ist, es ist... ... Komroliö und Arschlo. Das geht gut. Jette! Eis! Ich hab einen Hass. Purer Hass. Eine Fünfjährige wurde gegessen. Lebendig vom Flüchtling. Er stand auf Facebook. Er stand auf Facebook. Er stand auf Facebook.